...beobachtete Spiel, Sektoren-Bestzeiten nicht zu addieren bei den Silberpfeilen. Und jetzt hat sich Coltart gedreht, hier. Erster Ausrutscher eines Silberpfeils, wenn mich nicht alles täuscht überhaupt an diesem Wochenende. Kleine Kiesbetteinlage, minimalerweise habe ich bei Coltart gesehen, die aber nicht ein solcher Dreher war. Ja, was aber wenigstens beruhigt, dass man hier also doch auch ans Limit kommt. Ja, da war es einfach zu schnell in die Schikane eingebogen. Wäre hier Kies gewesen? Das wäre das Ende gewesen in der Regel, ja.